Grüß euch alle miteinander, heute üben wir das Passspiel. Dazu bauen wir zuerst einmal was auf, ein Tor. Was brauchen wir dazu, Georg? Aus zwei Schlapfen. Man kann es auch aus irgendwas anderes machen, wenn man was hat. So, und wenn alles steht, dann gehen wir fünf Schritte vom Tor weg und das ist unsere Ausgangsposition. Fünf ordentliche Schritte, Georg, geht schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf und dort legen wir uns den Ball hin und dann kann es schon losgehen. So, und jetzt müssen wir mitzählen, wer zwischen die beiden Pfosten reintrifft, das sind bei uns die grünen Schuhe, kriegt einen Punkt. Wenn der Ball daneben vorbeigeht, null Punkte. Und wenn wir es schaffen, die Flasche in der Mitte zu treffen, dann gibt es zwei Punkte und das Ganze machen wir jetzt fünfmal und dann zählen wir zusammen, wie viele Punkte wir haben. Also, ein Punkt. Nächster Versuch. Machen wir gleich noch einen. Geht schon. Legt dann wieder hin. Und das waren zwei Punkte dazu. Und was ist wichtig dabei, das wisst ihr schon, das haben wir schon geübt, dass das Standbein genau gerade neben dem Ball steht. Also nicht davor, nicht dahinter und dass der andere Fuß dann den Ball praktisch Richtung Ziel schiebt mit der breiten Seite. Das heißt, der Oberkörper geht ein bisschen drüber und dann schieben wir den Ball Richtung Ziel. So einfach geht das. Und wem das zu leicht ist und wer dauernd trifft, der kann einfach weiter weg gehen. Sechs, sieben, acht Schritte, so wie der Anton zum Beispiel und der zeigt uns das jetzt einmal. Und war das schwer, Georg? Nein, ziemlich leicht. Also, wenn das zu leicht ist, da habe ich eine verschärfte Aufgabe für euch, dann macht das einfach mal mit dem anderen Fuß. Also, wer mit rechts schießt, probiert das dann mit links und dann vergleichen wir die Punkte dort, okay? Also, ehrlich sein beim Zusammenzählen. Musik .